Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaft Simulator 17 hier auf unserem Singleplay Projekt Porta Westfalica. Ihr wisst genau was wir in der letzten Folge gemacht haben, denn ihr wart ja sicherlich dabei. Wir haben natürlich den Kurs vom Hof zur Raffinerie eingefahren, um zu gucken ob unser Helfer das jetzt schafft, also Curseplay, Bahnen hin zu transportieren, einzulagern und wieder hochzufahren. Ich hoffe das klappt jetzt, ihr habt einen Kurs eingefahren, es hat lange genug gedauert. Ich hoffe ich muss das nicht nochmal machen und ich hoffe dass ihr alle Träger getroffen habt, denn die Träger bei der Raffinerie, die waren schon auf der Südheimen, immer schon so ein bisschen schwierig. Also ich bin echt gespannt. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mit meinem Schlingerkurs hier zu, wenn da eine Helfer ist am Arbeiten. Ich würde gerne die andere Sehmaschine, die da oben rum steht. Da wollte ich gerne noch warten, bis wir eigens ein bisschen Saatgut hergestellt haben. Denn es ist doch deutlich billiger als das gekaufte Saatgut. Also ich gucke mir jetzt hier mal zu. Und Wir sind gespannt, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Funktioniert es? Funktioniert der Kurs oder funktioniert der nicht? Ich hoffe, ich hoffe es funktioniert. Ansonsten ist es echt fies. Echt fies. So, wir haben schon fast alle Felder gemacht. Wir können mal gucken, wir haben Wachstumsstufen. Ersten Wachstumsstufen sind immer noch. Na gut, ist nicht viel Zeit vergangen. Wir spielen ja ohne Beschleuniger. Also obwohl Spiele, wir können ja hier beschleunigen, das ist ja, ist ja nicht schlimm. Nun, wenn wir beschleunigen sollten wir aufpassen, dass wir alles, dass wir nicht spulen, natürlich, wenn wir sehen, damit wir da keinen Versatz reinkriegen. Jo. Und dann müssen wir natürlich noch einmal zwischendüngen bei den ganzen Feldern. Dann haben wir noch zwei Düngestufen. Da das ja alles gegrubbert war, die gekauften Dinger, weil wir auf die neue 2.8er gegangen sind. Auf die Version 2.8. Nicht 2.8, 2.0. Ich bin hier immer noch beim Kopf bei der Nordfriesischen Marsch. Wie Zeit ist mir. Guck mal, eine Baustelle. Was wird da gebaut? Ach, ein Windrad. Ein Windrad zur Stromerzeugung. Oh, ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten muss ich alles nochmal neu fahren. Wobei ich vergessen hatte, da unten einen Punkt zu setzen. Deswegen, das muss jetzt funktionieren. Und selbst dann ist es nur sicher, dass es für Raps funktioniert, der Kurs. Die anderen Sachen nicht. Denn die haben ja andere Träger. Ich bin so gespannt. Auch, ob er die Kurve entfährt oder hinkriegt oder ob er sich da festfährt. Ah, guck mal, ich stehe noch raff in der Riesen-Temmern. Ah ja, ja, jetzt geht es los. Jetzt geht es los. Bitte fahr dich nicht fest. War sie gut aus bisher? Bitte, 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 bitte. Nein! Nein! Mann, er hat den Punkt nicht getroffen. Was soll das? Mann! Hätte er aber treffen müssen. Blödes Kursplay. Funktioniert nicht. Muss ich sonst mal gucken, dass ich... Okay, ich kann ja alles ranmachen. Super weiter. Ich fahr zum Hof zurück. Mann, das ärgert mich. Wir sind aus dem Sargut. Haben wir schon was? 500. 500. 500. 500. Voll die fetten Rackgewichte Och man, ich reg mich so auf Ich reg mich so auf, weil es nicht geklappt hat Das war eh so schwammig zu fahren Mit den kleinen Traktoren Und jetzt darf ich das alles nochmal fahren Dann nehm ich jetzt aber meinen Fendt Soll ich vielleicht einen Fliegel nehmen? Ich bin mal ein Fliegel lieber Das war das Raps Sojasongen Ich meine ja, ich lauf mal hin Ich bin mal ein Fliegel So, Überführung ist das. Vielleicht habe ich das falsche Symbol gewählt. So, Überführung ist das. So, jetzt ist es auch ein bisschen schneller. Jetzt fangen wir aber einen Kurs vom Hof zur Raffinerie und ansonsten muss ich die manuell abtanken und dann wieder zum Hof schicken. Aber eigentlich muss es funktionieren. Man sieht, wie ruhig der fährt. Der andere war für die Geschwindigkeit gar nicht gemacht, der andere Traktor. So, wie ruhig der fährt. So, wie ruhig der fährt. Meine Uhr ist eigentlich wieder Zeit aufzustehen. Oh, ich habe die Uhr. Ich will mich mal zum Sport verleiten. Habt ihr auch so Fitnessuhren? Oh, ich hoffe, das führt nicht zu einem Crash im späteren Verlauf. eigentlich muss man sich nur einmal konzentrieren, einmal den Kurs abfahren, richtig, ne? Bis das funktioniert und dann hat sie das eigentlich schon. So, jetzt muss ich bei der Raffinerieeinfahrt auf jeden Fall stehen bleiben und den Kurs schon mal speichern. Und das ist wichtig, ich brauche die Kurse vom Hof zu den einzelnen Punkten, zu den einzelnen Stationen, weil die Wege will ich nicht fahren, das ist, das ist zu viel. Das schaffst du ja allein wie im Leben. So bleiben die Form hoch stehen, hier. Zu speichern. Ruf zur Raffi. Fangen wir da vor. Dann zeigen wir jetzt wieder Kursaufzeichnung beginnen. Wir können... Ich überlege gerade, ob wir so mal durchfahren sollten. Ne, wir könnten einmal hier so durchfahren. Probieren wir jetzt einfach nochmal. Der Fliegeltrailer ist vielleicht auch besser geeignet, weil er mehrere Abladeseiten hat. Scheiße. Das ist natürlich sehr ungünstig. Kann ich gleich löschen. Kann ich gleich mal neu machen. Kann ich gleich mal neu machen. Nein. Nein. Der müsste den Träger viel leichter treffen, als der Juskin, weil Juskin kann nur hinten. Ich bin jetzt schon wieder hängen... Ich bin schon wieder hängen geblieben. Alter. Oh. Was geht denn bei dir ab, Bruder? Ach stimmt, der ist noch auf dem Kurs, ne? Ich merke ja gerade, den fährt er ja in Dauerschleife. Weil der ist ja schon wieder hier runter gefahren. Ich warte mal, ob er da raus ist. Nein, ich fang jetzt an. Was.. Ja. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020